Ayapedia ist ein Informationsportal für junge Erwachsene mit Krebs. Das Portal wurde vom Arbeitskreis Aya-Netzwerk der DGHO, also der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, ins Leben gerufen und beinhaltet ganz allgemeine Themen rund um das Thema Krebs, wie zum Beispiel Informationen zur Ernährung, zu Sport, zu Fatigue, aber auch zum Fertilitätserhalt. Und geplant ist, dieses Portal nach und nach weiter auszubauen. Aufgebaut wurde das Portal durch zum einen natürlich die Mitglieder des Aya-Netzwerkes, aber auch durch weitere Experten, nämlich zum Beispiel der NEPUR, also der Nationalen Expertengruppe für Bewegungstherapie und körperliche Aktivität in der Onkologie, durch weitere Arbeitskreise der DGHO und natürlich mit Unterstützung der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Hier ein ganz besonderes Dankeschön an alle die, die uns unterstützt haben und wertvolle Kommentare geliefert haben. Hier ein ganz besonderes Dankeschön an alle die, die uns unterstützt haben.